Alles hier verlangt wird. Oh Mann. Okay, falsch rum oder umsonst hier entlang. Oh, jetzt sag mir nicht. Oh, jetzt sag mir nicht. Legi... Was zur... Wow. Legendäre... Was? Was für Mods? Keine Mods. Wer war doch da? Ja, mach ich gerade. Was haben wir denn im Terminal? Jetzt bildet keine Daten. Ach du... Moment. Oh, da kann ich nicht deaktivieren. Ja, da hab ich mich selber wieder umgebracht. Jetzt bin ich schon gespannt, was das jetzt durchfällt. Na gut, was hab ich gelernt? Finger weg vom Terminal. Ich frage mich, ob davon noch was funktioniert. Mistviecher. Ohne Witz. Glaub ich... Glaub ich, werde ich hier mit dem Demo-Modus am Spaß haben. Aber die Waffe hebe ich mir auf. Äh... 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 Ja, genau. Zur Zeit kann ich hier aber nicht mehr machen. Klar. Meister, ich teleportiere mich einfach mal durch die Gegend. Pass auf, dass du nicht runterfällst bei deinem Springen durch die Gegend. Aber da hat der umweg sich auch schon mal etwas gelohnt. Oh, ein Snipergewehr, das wäre jetzt schon so schön. Schön aus der Ferne. Und dann auf den Kopf mit Slow-Motion. BAM! Oh, da gibt's eine Sanitäranlage. Oh, da gibt's eine Sanitäranlage. Oh, viele Häuser. Theoretisch könnte ich die doch alle kaputt machen. Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Hier ist gelähnte Halen vom Aufklärungstub Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Autorisierung Arx Ferrum 9 5. Unsere Einheit hat Verluste erlitten und wir haben kaum noch Vorräte. Wir erbitten Abholung oder Unterstützung an unserer Position am Polizeirevier Cambridge. Nein, 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 nein. Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Das ist wirklich gut. Danke. Herr. Und dann! mach geht damit ich nicht so viel money verschwender he 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 Wir sind für die Hilfe dankbar, Zivilist. Aber was willst du hier? Ich versuche nur, hier draußen zu überleben. So wie alle anderen auch. So wie du vorgestürmt bist und diese wilden Gule erledigt hast, fühlt mir das etwas schwer zu glauben. Kommst du aus einer der Siedlungen in der Gegend? Sind diese Fragen wirklich so wichtig? Ich habe dir schließlich im Kampf gegen die wilden Gule geholfen. Das hier wäre für uns beide viel leichter. Also, wo kommst du her? Ich komme aus Vault 111. Du bist also einer dieser Vault-Bewohner? Die meisten Leute würden das verheimlichen. Ich weiß deine Ehrlichkeit zu schätzen. Wenn ich misstrauisch erscheine, dann nur, weil unsere Mission hier bisher sehr schwierig verlaufen ist. Seit dem Augenblick, als wir das Commonwealth erreicht haben, wurden wir fortwährend angegriffen. Wenn du uns weiter unterstützen willst, wir könnten eine weitere Knarre auf unserer Seite gut gebrauchen. Ich helfe euch weiterhin. Aber du schuldest mir erst eine Erklärung. Wer seid ihr Typen und was macht ihr hier? Also gut. Ich bin Paladin Lernst von der Sterlern und Bruderschaft. Bis da drüben sind Gelehrte Halen und Ritter Wrights. Wir sind auf einer Erkundungsmission. Aber mir fehlt ein Mann und wir haben nur noch wenig Vorräte. Ich habe versucht, ein Notsignal an meine Vorgesetzten zu schicken. Aber das Signal ist zu schwach. Sir, dürfte ich? Sprich, Halen. Ich habe den Funkturm auf dem Dach des Polizeireviers modifiziert, aber ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir brauchen etwas, um das Signal zu verstärken. Unser Ziel ist ArcJet Systems. Dort finden wir die Technologie, die wir brauchen. Einen Hochleistungssender. Wir infiltrieren die Anlage, sichern den Sender und bringen ihn hierher zurück. Also, was sagst du? Bist du bereit, der Sterlern in Bruderschaft zu helfen? Lass uns keine Zeit verlieren. Auf geht's. Wunderbar. Halen, bring Rhys nach drin und versorg seine Wunden. Ja, Sir. Rhys, wenn du wieder auf den Beinen bist, möchte ich, dass du den Perimeter sicherst. Ich kümmere mich drum. In Ordnung, Zivilist. Dann zeig mal, was du kannst. Begib dich ins Polizeirevier und stock deine Ausrüstung auf. Ich habe den Schlüssel nicht. Dann mal los, Leute. Okay, Großer, gehen wir. Das geht auch noch schön exping. Hehe, ich habe kein Stau rein. Hm. Entschuldigung, gelehrte Halen. Du solltest dich besser beeilen. Paladin-Dance lässt man lieber nicht warten. Wo bin ich hier? Magisches Spiel? Paladine, gelehrte, legendäre, äh, Krillerkrabe, äh, Krake, äh. Wie hießen die Viecher nochmal? Okay. Okay. Einsatzgelehrte Halen, persönliche Aufzeichnungen, Eintrag 324a. Langsam frage ich mich, ob es so schlau war, der stehlernden Bruderschaft beizutreten. Ursprünglich bin ich beigetreten, weil ich Schutz und Kameradschaft suchte. Aber langsam befürchte ich, dass ich dabei ein Stück meiner Menschlichkeit aufgegeben habe. Die Botschaft der Bruderschaft lautet Hoffnung für die Zukunft. Das klingt idealistisch und edel. Aber ihre Methoden lassen eine Menge zu wünschen übrig. Besonders schlimm scheint es in der Führungsetage zu sein. Und auf Diplomatie setzt man dort auf gewalttätige Konfrontationen, um Kontrolle auszuüben. Trotz alledem habe ich es bisher erfolgreich geschafft, den Gefechten aus dem Weg zu gehen, indem ich die Laufbahn einer Einsatzgelehrten gewählt habe. Klingt ja ziemlich... Du hast bestimmt keine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Hä? Ich soll Munition finden, aber er sagt, ich bin Himmler. Mit dem zu quatschen scheint mir... Sinnlos? Drum? Ja. Ah, endlich Munition. Hauer startet sie an. Glaub ich, hier kann ich meinen. Wo habe ich ihn gelassen? Da ist er. Hotrodder. Hotrodder. Hotrods. Ich liebe Hotrods. Aber es liegt, glaube ich, auch... Ja, an den Serien. Hören wir, wer da hämmert oder so. Ah, die Serie habe ich gemocht. Guck mal her, da. Vielleicht ist er... Den, ne? Polizei-Review. Nein. Ja. Vielleicht kann ich ihn da aufladen. Mal schauen. Ah, hier hat Pindenhalbe. Pins. Pins. Ja. Oh, schön. Gesichtstätowierungen. Ja. Ich muss mal gleich schauen, wo ich noch ein paar Hack-Skills kriege. Ich glaube, das liegt jetzt ein bisschen länger daran, dass wir mit einer batterielosen Maschine unterwegs sind. Rüstung. Na, Rüstung trifft besser. Liste draußen drin. Wenn ich schon mal eine Bauernbank habe, sollte ich sie doch benutzen. Ja gut, lass dich hier. Ach, jetzt geht's, ja? Ach, dafür ist das Vollerzeug. Enter! Ah, die Maschine kann aber hier bleiben noch. Jetzt nochmal ins Pizzarevier rein. Ja, der Paladin, der durch mich ging. Schau wieder an, Chef. Oh, nee. Schade, 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 schade. Ach, guck mal hier. Vier Buchstaben. Schade, 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 schade. He, he. Schade, schade. Schade, schade, schade. Schade, 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 sch Oh, eine Fusionszelle. Nicht schon wieder. Och, es war die Lampe. Hallo, Paladin. Bereit. Ich glaube, ich sollte sogar mit meinem Laufen. Wohin will der... Ah, ah. Kann ich ja jetzt eine Fusionszelle haben, könnte ich es eigentlich versuchen. Theoretisch. Praktisch. Glaub schon. Moment, Paladin. Moment, Paladin. Und? Und? Ha, komisch. Na ja, müssen wir es so machen. Na, da ist er. Wir nehmen diese Gasse, mir nach. Na ja, da ist er. Wir müssen nicht viel darüber, nur, dass sie lediglich für kurze Zeit auftreten und eine Frequenz verwenden, für die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. Mit wir heißt es schon wieder ich. Nichts. Ja. Das überrascht dich vielleicht, aber meiner Grunde. Das Team ist nicht das erste, das ins Kommenwort vorgedrungen ist. Über die letzten sieben Jahre hat die Wissenschaft zwei weitere Teams weniger geschenkt, um Technologie zu sammeln. Die Mission des ersten Teams war ein großer Erfolg. Sie haben kistenweise Vorkriegsartefakte und historische Dokumente mitgebracht. Die zweite Mission verlief nicht ganz so gut. Kurz nachdem das Team angekommen war, ist der Kontakt ab und wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Was mein Team angeht, wir haben schon vier Männer an dieses verfluchte Wirtland verloren. Seit unserer Ankunft werden wir laufend attackiert. Aber trotz dieser Rückschläge denke ich nicht daran aufzugeben und als verschollen gemäldet zu werden. Guter Mann. Man darf nie die Hoffnung aufgeben. Okay, die Hoffnung ist anders, nicht mein Fall. Nicht schlecht. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an 4-3. Ja, an 4-3, ja das passt. Sind wir endlich da? Sind wir schon da? Da. Sollten. Oh, der will ab. Ne. Interessante Tier. Ja, interessant. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Sieh dir die Trümmer an. Es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage... Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe da so Fähigkeiten, die wieder aufstehen zu lassen. Okay, das Passwort haben wir. Okay, das ist gut. Was sind das denn? Was ist das für Fähigkeiten? 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 Fähigkeiten. Ich weiß sicher nicht! Wenigstens etwas aus hier auch machen kann... Nein! jetzt hier vielleicht was sieht schlecht aus dass mir was hier informationen lefert hallo da ist einfach runter ich dann ernst hehehe Was hast du denn? Ha, wenn ich mein Safety nicht öffnen darf. Oh, da liegt die Kahn. Ja, leck mich fest. Hm. Hm. Nicola. Yeah, vergoldenes Sturmfeuerzeug. Kann ich nicht mitklagen. Da bin ich rausgekommen. Was machen wir hier denn? Zigarettenautomaten beim Duschen und auf dem Scheißhaus. Haha. Na toll. Hängt mich nicht viel weiter. Ach ja. Der Triebwerkskern ist vor uns. Das dürfte unser letzter Hals sein. Äh ja, das ist so glücklich. Ich hab da grad was gehört. Pass auf, wo du hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein. Ja, er fällt erstmal runter. Wir müssen weiter versuchen, die Stromversorgung in der Anlage wieder herzustellen. Irgendwo muss es ein Notstromsystem geben. Schau dich mal im Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Ich bleibe hier und halte uns den Rücken frei. Warnung. Energieverlust. Triebwerkskern ist außer Betrieb. Dann hören wir uns an. Perfekt. Perfekt. Oh, er hat einen Highschool-Abschluss. Alles Gute weiß ich am Werk unterricht. Oh, guck mal, Er liegt Wissenschaftsmagazine. Ha, ha, ha. Perfekt. Ah, ich bin zu schwer. Ah, ich bin zu schwer. Einsteiger. Wie schön. Befehl angenommen. Starte 5 Sekunden Countdown. 5, 4, 3, 2, 1, Triebwerk wird gezündet. Okay, die Waffe ist auf jeden Fall mega ätzend und viel zu schwer. Talent nennt man das, glaube ich. Ich glaube Talent. Und wo bin ich jetzt? Ah, hier. Nein. Nein. Ja. Na, also. Energieversorgung des Triebwerkskerns wiederhergestellt. Triebwerk betankt und bereit zur Zündung. Hä? Warum bin ich denn jetzt schon wieder? Tod. Ei, ei, ei. Das wär's. Easy wäre zu einfach gewesen. Warte mal. Nein. Ah. Ja, man. Ja, man. Ja nochmal, ich bin das besser. Und da bin ich. Ich habe keine Ahnung. Was brauchst du? Drei. Guck dir das an. Drei. Ein. Geh drüben. Komm her. Ich bin noch nicht tot. Da komme ich nicht hin. Hat er überlebt? Test abgeschlossen. Die Effizienz des Triebwerks liegt bei 96,7%. Oh mein Gott! Alles in Ordnung? Die Flammen haben mich ganz gut erwischt, aber dank meiner Powerrüstung ist noch alles dran. Das Wichtigste ist, dass wir noch leben und dass wir an den Sender kommen. Klar. Was? Hier hinten hin? So ein Schwachsinn hier. Fahrstuhlmusik wäre auch schön. Ich glaube, wir sind nicht allein. Da drücken sie, sie sind im Kontrollraum. Feuer frei. Sensor meldet feistliche Präsenz. Jeder Schuss muss hin. Wir sind getroffen. Ja, aber du blockst auch ordentlich. Ich hoffe, das war der letzte. Verdammt! Ich sehe das Ding nirgends. Untersuch mal die Überreste der Sins. Kommt ein Auge mit dem Sender her. Verschwinden wir von hier. Wir fahren mit dem Wartungslift an die Oberfläche. Ach, auf einmal sind es alle hier. Klar, ich war doch mit so einem Anzug auch auf jeden Fall in den Aufzug steigen. Noch ein Level ab. Ja, er ist auch noch mal draußen. Der Bunker sieht sauber aus. Wo sind wir denn jetzt? Naja. Ich finde, wir haben gut im Team zusammengearbeitet. Das stimmt. Es ist eine angenehme Abwechslung, mit einem Zivilisten zu arbeiten, der Befehle befolgen kann. Es gibt allerdings noch zwei wichtige Dinge zu besprechen. Zum einen werde ich dich für deine Unterstützung während dieser Operation entlohnen, sobald du mir den Sender gibst. Ich denke, diese Waffe wird dir sehr nützlich sein. Es ist meine persönlich angepasste Version des Standardlasergewehrs der Bruderschaft. Möge es dir im Kampf gute Dienst geleistet hat. Uhu. Danke. Gerne, Zivilist. So, und was die zweite Sache angeht. Ich möchte dir ein Angebot machen. Wir hatten da drin mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unsere Operation hätte durchaus in einer Katastrophe enden können. Aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt und dich wie ein guter Soldat verhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das Zeug hast, um der Bruderschaft beizutreten. So wie ich das sehe, hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du könntest den Rest deines Lebens durchs Ödland ziehen und deine Dienste für mickrige Belohnungen anbieten. Oder du trittst der Stellanen Bruderschaft bei und bewegst etwas in der Welt. Also, was meinst du? Ich weiß nicht. Ich weiß, dass die Bruderschaft eine Menge netter Spielzeuge hat. Aber vergiss nicht deine Verantwortung dem Minutemen gegenüber. Es ist eine große Entscheidung. Wenn du beschließt, dass du zu uns gut fehlkommst... Eben noch die Waffe anschauen. Habe ich das für ein Boni überhaupt? Oh ja. Ja, das läuft doch auf jeden Fall nicht schlecht. Damit kann ich doch leben.